Der größte Labersack? Nemanja. Der größte Labersack? Ich glaube Nemanja. Nemanja, der ist schon echt viel am quatschen. Nicht immer das Beste, aber der redet eigentlich immer und hat immer was zu sagen. Da kommt eigentlich fast keiner mehr hinterher. Also ich denke, Nemanja füttert zwei oder andere. Vincent vielleicht. Also eher die jüngeren Spieler. Nemanja definitiv. Also ohne darüber lange nachzudenken, Nemanja. Der ist ziemlich weit oben. Vincent versucht da immer gute Stimmung zu machen und quatscht da sehr viel dummes Zeug rum. Nemanja, würde ich sagen. Aber ich kenne ihn auch nicht so gut deswegen. Nemanja. Und Vincent. Robin. Robin. Also es ist, wir leben alle zu dritt zusammen. Deswegen, ich glaube wir alle drei sind, wir labern alle drei sehr viel Müll. Aber deswegen haben wir auch sehr viel Spaß zusammen in der WG. Und ich hätte es mir nicht so gut vorgestellt in einer 3er WG tatsächlich. Ja. 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 Ja.